Hallo und willkommen zu Miyamati Animation. Habe ich seit Jahren nicht mehr eine Folge angeguckt, also, ja. Ja, da war ein Engineer definitiv mit bei. Ich weiß noch nicht, welche... Wieso hast du die jetzt so schnell gespawnt? Du warst noch nicht einmal weg. Martin Custom Trainer. Ja doch, ich war schon weg. Ähm, du hast einen Banner bekommen, kann das sein? Ja, zwei sogar, hilft eins. Okay, jetzt habe ich drei Banner und irgendwas zum Anziehen. Okay, es sind die gleichen zwei Banner, ich sammle sie nur scheinbar die ganze Zeit selbst wieder ein. Ich muss echt nach rechts gedreht sein und das wegwerfen, damit es nicht nochmal bei mir läuft. Äh, ja, das, das Fließband halt. Okay. Ähm, Martin Custom Shirt und Martin Custom Pants. Shirt. Und Pants. Okay, Martin Borca. Und Martin Engine, die haben wir auch bekommen. Ich habe zwei neue Banner für die ich. Okay. Ja, solltest du jetzt haben. Ach. Ich habe sie jedenfalls getroppt. Und nicht wieder zurückbekommen, also irgendwo müssen sie ja sein. Okay, wir haben jetzt einen von den Scoot Fix, aber die haben ja irgendwie zwei. Oder irre ich mich. Habe ich es richtig verstanden. Äh, das Vieh selbst gibt es nur einmal. Aber der hat einen Reiter. Also, der Reiter selber ist ein... Der ist separat scheinbar. Ja, auch wenn man ihn nicht angelegen kann. Ich lass mich mal ein Spitfix zu sehen, dann bin ich mal... weiter... Ich habe ein Uniform-Torso. Ich glaube aber, dass wir das nicht brauchen. Forceful Laser Machine Gun. Oh, das Item. Ja, das ist witzig. Was ist wieder so einer? Was ist wieder so einer? Was ist wieder so einer? Meine Föße. Ich kriege schon wieder eine Elektrosphäre Launcher. Okay, Anti-Gravity Hook. Stell dir vor, es gäbe ein Banner. Ein spezielles Banner. Bei 1000 Kills. Das ist auch für alle gegeben. Du hast davor eine Laser Machine Gun gelesen, oder? Hm, ja, wieso? Die hier? Genau, eine Laser Machine Gun. Ja, ja, du... Alles andere habe ich nicht gescans, sondern gedroppt, also... Wir brauchen jetzt noch den Xeno und Stuff. Oder? Oder hast du den bekommen? Wenn ich Xeno eingebe, dann bekomme ich nur einen Xeno-Stuff. Also nicht der, den du brauchst. Hä, was? Ich dachte mir gerade schon so, dass du genau den, den ich brauche. Den Xeno-Popper habe ich ja noch gar nicht eingescannt. Ja gut, das ist dann einfach. Ja, aber das Deadly, den will ich nicht einscannen. Ich glaube, ein Sternchen kriegt der jetzt. Ich sollte meine Balliste benutzen, wenn wir schon hier stehen. Ja, toll, okay. Uns fehlen noch die Kopffises von beiden Kleidungsstücken. Läuft. Okay, gut. Sind das wirklich die letzten beiden Items? Äh, uns fehlen halt noch vom Scootfix-Typen das Banner und von der Drohne. Martian Scootfix-Gunner-Banner. Und Martian Droh-Banner. In Ordnung. Die kann gar nichts anderes droppen außer das. Du holst also... Du holst also so ein paar... ...der holende... ...Aliens. Oder so. Alter, haben wir durchgespielt. Ja, mein Ziel ist es, Aliens zu finden. Hier sieht man Spawns an, also. Ich muss schon sagen, Spawn nicht so frequent wie beim letzten Mal. Zwei. 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 Bei mir nicht. Oh, geht schon. Ja. Ich glaube, ich muss unbedingt irgendwann mal No Man's Sky spielen. Das Spiel ist scheinbar endlich fertig. Mehr als fertig. Schon das zweite kostenlose DLC hintereinander. Dieses Jahr. Aber was genau macht man in dem Spiel überhaupt? Was ist das für uns fehlen denn noch? Für uns fehlen denn noch? Ball shield. Das war's für heute. Ich hab' ein Drohnen-Banner bekommen, Anhalter. Brauchen wir nur noch das Banner von diesem Typen, bei dem ich nicht mal nachgucken kann, weil er immer so schnell weg ist. Ich hab' Uniform-Helmet zweimal. Also, endlich die kleinen Stücke. Ja, aber derselbe Helm, also fehlt uns ja trotzdem noch einer. Okay, Martin-Drone-Banner. Jetzt hab' ich noch ein Xenoc-Fopper bekommen. Research. Machen wir die Typen hier weg. Check den Nagel. Machen wir die Typen hier weg vom Helmet. Wieso fliegst du denn senkrecht nach oben? Wenn man weiter oben ist, spawnt man noch weiter oben bei der Mischel. Hä? Also, scheint's zumindest. So. Keine Ahnung, kenn ich nicht. Aber hier ist halt oben auf der Plattform spawnen, nicht unten auf dem Wasser. So. Das war das 930. So. 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 Toght sich aber ziemlich gut. Und dann noch beide Pat 가�. Beide ich ab. Weitere hat nachicking in den Kar Zeit sogar gemacht, aber du brauchst dir nur noch den einen Helm nehm ich an. Ja, Mir fällt nur der reine Helm. Der Helm den ich dir noch nicht gegeben habe. Gratis Shirt bekommen. Mein Fresse hört auf mich zu schießen da um. Warum hört er denn nicht? Lass den doch leben. Der macht die Prozente nur unnötig schneller. Ja, aber der geht uns doch auch auf den Nerven. Solange wir ihn tanken können. Ich meine, er droppt halt das Zeug, das wir brauchen, nicht. Okay. Also ich habe nur gerade gedacht, vielleicht macht es Sinn. Guck mal, ich meine. Ich glaube, das ist die letzte, Martin. Das tut mir nicht so sehr weh. Jetzt hast du ihn einfach gekillt. Ich habe einen Kosmikaki, cool. Vielen Dank. Und einen Elektrosphäre-Launcher, der einfach nicht funktionieren möchte. Äh, das ist ein Launcher. Ja, mir fehlt die Munition, ich weiß schon. Deswegen funktioniert er auch nicht. Ja, du hast es erfasst. Ich darf mich trotzdem drüber ärgern. Martin Custom Mask. Dann Scudfix-Banner und Scudfix-Gunner-Banner. Ich droppe alle Mana. Oh, ich bin trotzdem ausgegangen. Damit sind wir fertig. Echt? Okay, nicht schlecht. Kannst deine Liste aktualisieren, wenn du Bock drauf hast. Meine Liste? Ja, später. In 100 Jahren. In 100 Jahren. Oh mein Gott. Kann das bitte aufhören? Ich will nicht mehr Harpien. Drops. Immer. Ich lösche sie und lösche sie und kriege wieder neue. Und lösche sie und kriege wieder neue. Und lösche sie. Ja. Ja. So. Fühlt sich's an. Hi. Was machst du denn hier? Ist doch mein Haus. Äh. Ich hab's gebaut. Das stimmt wohl. Na also. Es ist also meins. Naja, ich muss noch mal zur Partygirl. Ich hab ja nicht mehr Otherworldly. Das ist doch so, was du viel angenehmer hast. Nein, ich brauche Otherworldly. Also. Möchtest du noch was machen? Was kommt denn ans nächstes denn? Also wenn ich jetzt die Tatsache ignoriere, dass deine Liste natürlich noch Sachen beinhaltet, die wir schon gemacht haben, steht da Empress als nächstes drin. Und du denkst, die schaffen wir. Ja, willst du sie erst nach dem 100 machen? Nein, du hast recht. Du kannst sie jederzeit überall spawnen, richtig? Äh, ich glaub schon, dass es Halo sein muss. Oh. Also fällt unsere Arena flach. Wir müssen also erstmal eine neue bauen. Okay, wir machen das unterirdisch. Wir puddeln ein riesiges Loch. Glaubst du, wir brauchen für die eine Arena? Wir haben für Duke auch keine Arena gebraucht. Okay, aber wir hatten bei Duke immerhin drei Buffs. Ja, die können wir dort auch hinstellen. Na gut, hast mich überzeugt. Du suchst dir einen Ort aus. Gibst mir Bescheid, wann ich mich zu dir teleportieren soll. Gibt dir auch nur einen einzigen. Naja, ich muss da hin. Naja, du kannst eigentlich herkommen. Was hast du denn? Was hast du denn? Interessant ist es hier. Interessant. Ja. Interessant. Hast du gehört? Ich sagte Sand. Ah ja. War da nicht gut. Nicht? Scheiße, wie ich nicht die normal. Irgendwas mit Lunar Wings. Finde ich auch nicht, wenn ich nun da eingebe. Chris Matic. Lace Wing. Ja, Lace Wing. Sage ich doch. Fast das Gleiche. So, einigermaßen. Einigermaßen das Gleiche. Oh, das ist... Ich glaube, dass du den richtigen geholt hast. Wenn der in meiner... Okay. Was ist das? Ja, die Empress. Ah, ah, ah. Was ist das denn da hin? Ich komme gleich nach. Bitte nicht hauen. Bitte nicht hauen. Okay, das sind krank, krasse Moves. Ja, das ist auch so ein bisschen... Wie nennt man das nochmal? Oder ist sie tot? Ich habe mich mitbekommen. Kannst du bitte noch eine machen? Ich habe mich hingesehen. Ich habe gebaut. Ach ja. Hui. Oh, ist das schön. Cool. Aber ja, das ist ja auch so ein bisschen... Ähm... Boah, wie nennt sich das jetzt nochmal? Ich habe es vergessen, Mann. Das Matik-Die, aber nur eins. Na gut, müssen wir wohl noch farmen. Ja, ähm... Ja, ähm... Du spawst noch einen, hast du gesagt. Ach. Ja, hallo? Ach so. Geht das nur, wenn es sichtbar ist, okay? Ich habe sie einfach nicht getroffen. Es war echt witzig anzusehen. Bullet Hell, das wollte ich sagen. Ah, ach so, stimmt schon irgendwie. Äh, ich kann so gut dodgen. Everlasting Rainbow hat mich erwischt. Ja, also langsam ist das ziemlich Epilepsie-Warnung. Aber ja, hübsch. Ich wünschte, ich hätte noch einen größeren Monitor und es wäre dunkel draußen. Ich liebe sowas. In Info-Speed Hot Pursuit habe ich auch gerne. Bei einem Polizeiauto durch einen Tunnel. Boah, es leuchtet so schön rumgelaufen. Daran habe ich mich gerade erinnert. Und gleich bin ich wieder bei dir. Danke fürs Warten. Ja, war auch nicht so leicht zu überleben. Sagt, ich weiß auch nicht, wie du das gemacht hast. Ich bin... Ah, nicht gut darin, das auszuweichen. Eigentlich so, überhaupt nicht gut. Ich hasse Bullet Hell, das habe ich schon mal erwähnt. Au. Ja, fliegt bitte nicht durch mich durch und so. Ja. Dich hat ein Rainbow erwischt und bei mir war es ein Prismatic Bolt. Ab welchen Schwächkeits gerade haben wir das jetzt gemacht? Master. Ach so, okay. Ja, das hat erklärt einiges. Ich habe sie aber auf Expert gespawnt und erst direkt, nachdem sie schon da war, auf Master umgestellt. Ach so. Also müsste sie minimal weniger Leben gehabt haben. Oder was auch immer es ausmacht. Ja, das mag sein. Aber ich glaube, das ist dann nicht mehr so den Effekt. Natürlich nicht. Willst du sie auf Journey spawnen und erst bei halber Lebenskraft auf Master tun? Oder von Anfang an auf Master ballern? Wie der Profi, der du bist. So gut bin ich nicht im Deutschen. Und die macht schon massiven Schaden, selbst mit den ganzen Buffs. Lass mich bitte teleportieren. Du bist aber noch nicht am richtigen Ort, wie ich sehe. Okay. Okay, gut. Lass mich noch das Wichtigste machen. So. Die Balliste wird uns helfen. Danke. Du darfst sie jetzt spawnen. Ich kann sie nicht töten. Ich meine, wenn sie sichtbar sind. Nur wenn sie sichtbar sind. Und natürlich muss ich den Quater den rausnehmen. Du schaffst das. Okay, jetzt ist die Master. Los geht. Jetzt wird es reheftig. Ah ja, ich sehe den schwerer. Holy shit. Ah, ah. Okay. Der Damage Output. Hat sie nur das Ding? Ich habe nur die Treasure Bag bekommen. Ich habe ein Relikt bekommen. Ein Treasure Bag. Und das war es, ja. Der hat keinen Bock mehr zu drauf, scheinbar. Ist irgendwie sehr schade, ja. So gegeben. Treasure Bag gebe ich dir schon mal. Okay. Gut, du. Du bist heftig drauf. Du. Ja, ich habe es nicht bekommen. Na gut, verstehe ich. Hier soll man dem bitte ausweichen mit dem Spiel bin. Eigentlich bräuchte man einen echten Dash. Okay, da. Ja, genau. Ich meine, es kommen ja erst die Linien. Und dann kommen die Schüsse. Also, Shady of Light. Also, kannst du dich ja schon richtig platzieren da. Schau mal. Das ist eine. Empress of Light und die Treasure Bag. Hast du meine Treasure Bag eingesammelt? Oder habe ich keine bekommen? Ich glaube nicht, dass ich... Also, ich hatte vier. Also, ging ich davon aus, dass du mir deine gegeben hast. Ich habe sie nicht freiwillig hingeschmissen, merkwürdig. Also, vorhin eine, aber die zweite nicht. Deswegen hättest du eigentlich nur drei haben müssen. Aber ist auch egal. Ist egal, ist egal. Spiked Soaring Insignia. Ich habe übrigens immer noch nicht das richtige Light bekommen. Das ist ja equitable. Ja, welches brauchst du denn? Ich habe nämlich gerade so ein Light... Ich habe ein Lightpad bekommen. Sag das doch. Wie heißt das nochmal? Ich habe es nämlich gescannet. Scheiße. Warte, wenn ich Light suche, finde ich es vielleicht. Multicolored Light. Ich wusste nicht, dass das ein Lightpad ist. Ich weiß nicht, dass das ein Pad ist. Ich bin tot. Ich war im Inventar... Oh. Das hat mich getötet. Ist die aber schon auf Master oder was? Ich habe nicht zurückgestellt. Achso, okay. Fehl. Ja. Ehrlich gesagt, ich glaube, das wird nichts. So gut doodsch du auch wieder nicht. Wenn dieser Dash nicht nur seitwärts funktionieren würde, sondern auch nach oben oder unten. Das wäre hilfreich. Der Cross hat einen normalen Wings für hoch und runter. Oh mein Gott, das Schwert von der ist ja witzig. Warte, was ist das da noch? Ah, hier, Jairville of Light, das ist es. Lass es dir hier liegen, wenn du dann sponst, dann musst du es rein. Ja. Ja. Irgendwann. Man kann dieser Martin im Gegner hier, bitte. Was für ein Martin im Gegner. Ich weiß auch nicht genau. Da war der Vater. Der Xenopoppa jetzt wirklich besser. Der Jewel of Light. Soll ich das mal austauschen? Ist das das Item, das du wolltest? Ich habe aber nur ein Prismatic Die und wir brauchen drei. Oder kann das jetzt, ich hoffe, das kommt dann einfach aus hier. Ist das, warte mal, ist das jetzt ein Wing? Rainbow Cursor. Ne, warte mal, das ist. Was? Das ist kein Wing. Ein Cursor hat einfach Regenbogenfarben, die sich ändern. Aber es ist, okay. Das war von ihr, verstehe ich noch nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aventide. Oh mein Gott. Das ist Insomnia. Ja, lese es doch einfach. Soaring Encyclia. Grands Infinite Wing and Rocket Boot Flight. Ja, das heißt, ich kann unendlich fliegen. Wer braucht so was? Äh. Glaubst du nicht, dass so etlich fliegen beim Dodgen von ihr vielleicht praktisch wäre? Ja, und warum soll ich sie nochmal bekehren? Ja, schon. Kaleidoskop. Oh, Kaleidoskop. Ah, nicht schlecht. Das ist ja mein Upgrade. Ich habe immer noch kein Prismatic Die bekommen. Ich bin also sehr... Wie sagt man? Also ich habe Prismatic Die. Okay, ja, ich habe jetzt auch zwei. Gut. Scheinbar gibt es sonst nichts mehr, was ich brauche. Oh, Stellar Tune. Der Rainbow Cursor. Vanity. Okay, ich scanne dich mal. Ich glaube, ich habe alles, was sie droppen kann. Bis auf mein Dile. Ah, was? Manic Stellar Tune? Bitte, was? Das ist eine Gitarre? Ja, wieso? Sie macht auch Damm. Ist dein... Ja. Wieso? Ja, ich sag's irgendwann. Das sah danach aus. Aber mehr Drops hat sie wohl nicht. Ich glaube, wir haben ihre Trampagne nicht. Oh, doch. Empress Wings. Ich habe ihre Empress Wings bekommen. Ja. Ja. Können das Gleiche wie die anderen Wings von Betsy. Ach, und ich habe endlich drei Prismatic Dile. Dann gehe ich davon aus, dass ich fertig bin. So viel zum neuen Boss. Sehr spektakulär. Wir haben heute zwei Achievements gemacht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mir fehlte noch ein einziges. Das wäre... Das wäre... Infinity... Plus eins ist das Wort. Wir brauchen zwei Schwerter vom Moonlord. Aber mir fehlt immer noch die Deadman's Chest. Ja, wenn du die... Die habe ich im Single Bear geholt. Weil sie ja an Multiplayer nicht geht. Müsste dann wohl auch machen. Ah, ja. Okay. Ich will Empress ausgestattet sein. Hat sie in der Rüstung getraubt, oder was? Nein, ich meinte ihre Flügel damit. Ach so. Hä? Ach da. Hallo. Mister... Du gibst mir Warding auf jedes SS-Sorby. Und zwar First Click. Ach, machst du jetzt alles auf Warding? Du willst einfach nicht wie ich auf Damage gehen. Ja, da sollten unterschiedlich sein, oder nicht? Ja, nee. Ist in Ordnung. Sollte ich nicht der Tank sein, wenn die Gegner zu mir gehen? Ist egal. Denk nicht drüber nach. Ich habe Warding-Flügel. Ah. Also, wir könnten tauschen, wenn du es nicht hinkriegst. Wie fliegen die denn? Oh, nett. Ja, ganz nett. Zieh lieber die mal an. Ich brauche echt mal wieder ein Social Outfit. Ich fühle mich nicht gut. Und das Insomnia mache ich auch auf Warding? Das ist teuer. Ich gebe mir mal wieder ein Stack Platin. Ah ja, Warding. So, ich habe das jetzt so, dass ich es ab Expert Mode einsetzen kann. Ah ja, schöne Flügel. Warte mal, welchen Effekt ist der? Flügel. Ah, Slides hold up to boost. Wo ist denn mein neuer Prismatic-Dial? Will den doch testen? Interessant. Also, wenn ich hoch halte, kann ich einfach schneller fliegen. Aber geht anscheinend auch noch nach oben. Holy shit. Ja, mit dem Dai geht es ja. Wie wäre es Mini-Fischron? Möchtest du auch so ausschauen? Warte mal, du wolltest doch einen Dash nach oben haben. Vielleicht hilft dir das sogar. Vielleicht reicht dir das sogar. Weil die Wings haben einen Dash nach oben. Also, nicht unbedingt einen Dash, aber... Ich kann nicht in der Luft stehen bleiben. Sie gehen schneller hoch. Was? Nein, das kannst du nicht. Wieso? Hä, ich dachte, die können das. Flight and stuff. Hold up to boost fast. Achso. Ja, genau. Wenn du nach oben hältst, fliegst du schneller nach oben. Es lässt dich schwer testen, wenn eine Decke über mir ist. Ja, das stimmt wohl. Ich werde nicht schneller. Was soll das? Nee, du wirst nicht schneller. Soll es eigentlich schneller sein, als wenn du normal fliegst. Da geht nur die Energie aus. Hui! Da kommt mir nichts davor. Okay, kannst du jetzt unendlich fliegen? Ah, ja, kann ich. Warum? Wieso kann ich das nicht? Ja, wegen dem Insum, ja. Na gut. Du wolltest es nicht anziehen. Ja, will ich auch immer noch nicht. Will ich auch immer noch nicht. Ist verboten. Ich fühle mich zu bunt. Das kann ich so nicht haben. Ach stimmt, Rainbow Cursor will ich noch anziehen. Na, wenn du meinst. Natürlich, Alter. Muss mein Victory doch successen. Ja, Rainbow Cursor. Okay, bitte nicht so laut. Okay. Ich laufe jetzt so rum, wie ich mich fühle. Hi. Ich will überhaupt nicht blutüberströmt oder so. Grimmsenrüstung schaut aber anders aus. Welche Rüstung? Was meinst du denn, was ich an habe? Grimmsen. Nein, das ist nicht Grimmsen. Das ist... Ist das nicht einfach nur das Link-Outfit? Also, dass du das erkennst. Ich brauche ein anderes Outfit. Ja, der Hut, der gibt es schon away, weißt du. Na gut, na gut. Ich will einfach nur irgendwas, was nicht wie Tiki ausschaut. Ja, schaut doch auch nicht wie Tiki aus. Passt doch. Okay, ja. Richtig gut, weißt du was? Ich bin halt ein Wolf. Du kriegst deinen Willen. Und die restliche Zeit bin ich unsichtbar. Achso, bitte. Achso, warum bist du denn auch ein Wolf? Das habe ich deaktiviert, weil ich nicht gern... Weil ich gerne ein Wolf bin. Okay. Nein. Aber ich bin jetzt Grimmsenrüstung. Du quälst den. Ja, gut. Bewerten nicht vergessen, weiter geht es in den nächsten Part. Tschö. Tschüss.